so und ich muss mir also überlegen für diese linien also werde jetzt wieder zwei verschiedene machen einmal wir sind zwar gewohnt schwarz aber ich werde sie weiß machen jetzt schauen wir mal und dann schauen wir mal wie das ausschaut wenn es fertig ist und dann schauen wir mal wie das ausschaut ist und dann schauen wir mal wie das ausschaut